Musik Heute haben wir das erste Turnier von der Westdeutschen Zeitung 2023 hier in Hahn, Düsseldorf. Hier auf der 18-Loch-Anlage haben wir heute 72 Teilnehmer, die zu Gast sind bei uns. Ich bin zu diesem Turnier gekommen durch unseren Golfclub und durch die Zeitung, die WZ. Der Platz ist ein Top-Zustand, ist ein schöner Rahmen, macht Spaß. War mega, also ich kann mich nur bedanken bei der Westdeutschen, dass sie das hier ausrichten. Also das war bisher eine super Organisation, hat alles perfekt geklappt. Wir haben ein sehr berufliches und interessiertes Publikum von Golfspielern angetroffen. Ich freue mich sehr, dass ich die erste Turnierserie gewonnen habe. Das nächste Qualifikationsturnier haben wir am 21. Mai auf dem Golfplatz in Mettmann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.